Hallo Massen und herzlich willkommen zu einem neuen Blitz Review. Der Melvibo, den ihr ja schon im Alita Review kennengelernt habt, schafft es immer wieder mich in unterschiedliche Kinofilme zu schleifen. In erster Linie durch stumpfe Hartnäckigkeit, damit er mir nicht mehr länger auf den Sack geht. Nein, im Ernst, er schafft es also immer wieder mich dazu zu überreden, in Filme zu gehen, die mich so vom Trailer und basierend auf dem, was ich so gehört habe, so überhaupt gar nicht interessieren. So auch, und da werden mich jetzt vielleicht ein paar Leute jetzt steinigen wollen, Once Upon a Time in Hollywood. Da waren wir gestern Abend drin, in der englischen Version, original, ohne Untertitel, und haben uns diesen Film angeguckt. Und ich bin, weil mich der Trailer jetzt nicht sonderlich gerissen hat und die Thematik an sich jetzt auch nicht so meins war, weil ich aus dem Trailer so ein bisschen den Eindruck gewonnen hatte, dass das eine Art Mockumentary wird, hat mich die Thematik auch nicht so gerissen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was das betrifft, enttäuscht worden. Zumindest was diese, ja, was dieser Eindruck betrifft, dass das Ganze eine Mockumentary oder sowas ist. Nein, es ist tatsächlich ein Spielfilm mit Charakteren, mit sehr, sehr, sehr vielen Storys und Sub-Storys und Meta-Storys. Halt sehr Tarantino-mäßig. Fangen wir von vorne an. Worum geht es? Wir verfolgen also unsere Hauptcharaktere. Es sind derer viele. Folgen wir durch ihren jeweiligen Story-Arg. Da hätten wir zum einen den Charakter Caleb, ein alternder Schauspieler, gespielt von Leo DiCaprio. Natürlich heißt Leos Charakter nicht Caleb, sondern Rick. Und hätte ich mich ein kleines bisschen besser vorbereitet, wäre mir das auch bewusst gewesen. Die Sache ist, dass die Figur, die Leos Charakter spielt, Caleb heißt. Und die hat halt großen Eindruck bei mir hinterlassen. Daher die Verwirrung. Also, mein Fehler. Sorry. Der Angebot, der ursprünglich in der Western-Serie mitgespielt hat und diese angeblich zu Klump gefahren hat, wegen der letzten Staffel, wo er irgendwie Mist gemacht hat. Und ihm wird angeboten, in Spaghetti-Western mitzumachen. Und er ist der Meinung, das ist im Grunde genommen der Nagel zu seinem Sarg. Und er bekommt im Vorfeld allerdings noch die Möglichkeit geboten, den Bösewicht in einem Piloten zu spielen. Jeder, der Tarantino-Filme gesehen hat, vor allem Bra-Fiction weiß, was ein Pilot ist. Und ja, nimmt diese Gelegenheit auch wahr. Und auf diesem Weg, bei dieser Gelegenheit verfolgen wir ihn. Parallel dazu folgen wir der Geschichte seines Stuntmans, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt, der seine ganz eigenen Dämonen zu bekämpfen hat, weil es geht das Gerücht um, dass er seine Frau umgebracht hätte. Und deswegen hat er Schwierigkeiten im Stuntman-Bereich, in der Stuntman-Branche Fuß zu fassen. Er hängt jetzt also größtenteils eben mit Caleb rum und arbeitet für ihn, ist dann auch gleichzeitig sein Beichtvater, er regelt seinen Haushalt, er chauffiert ihn durch die Gegend und ist im Grunde genommen ja das Kindermädchen für Caleb. Gleichzeitig aber eben auch sein bester Freund. Und dann haben wir eben noch die Figur Shannon Tate, gespielt von Margot Robbie, die ja bekanntermaßen kein so schönes Ende nahm, weil sie die Manson Family sehr intim kennengelernt hat und umgekehrt. Um es mal so zu sagen. Und ja, im Grunde genommen auf die Sache der Manson Family, die in dem Film auch eine größere Rolle spielt und auf die Geschehnisse, die 1969 passiert sind, arbeitet dieser Film hin. Und mehr will ich zu der Story, der Substory und den ganzen Metastories und so eigentlich auch gar nicht erzählen, weil das ist wirklich etwas, das man erleben muss. Cinematografisch ist der Film, ich habe also lange nicht mehr einen Film gesehen, der handwerklich so solide war, ohne große Experimente einzugehen. Also Tarantino geht auf sehr, wie soll ich sagen, klassische Stilmittel ein. Von Dutch Angle bis Schärfenverlagerung und haste nicht gesehen, aber setzt das eben, so wie Tarantino halt, ist wirklich meisterhaft um. Das Casting ist großartig. Brad Pitt stiehlt allen in diesem Film die Show und zwar wirklich allen. Einfach weil sein Charakter ist unglaublich sympathisch, unglaublich positiv in einer Weise, wie ich das lange bei einem Charakter nicht mehr gesehen habe. Und der Film schafft es tatsächlich Leonardo DiCaprio unsexy aussehen zu lassen. Und das ist meiner Meinung nach auch mal eine Leistung. Marco Robbi kenne ich jetzt aus exakt zwei Filmen. Aus diesem und aus Suicide Squad. Ich kann nicht viel mehr über sie sagen, als das, was ich über sie sehe. Und ich habe keinen Bock auf Marco Robbi. Ich kann nicht sagen, dass ich die Person nicht mag. Sie ist eine bildschöne Person. Aber ich weiß nicht, sie scheint für mich immer den gleichen Gesichtsausdruck zu haben. Eigentlich immer so eine Art bekifftes, seliges Lächeln. Das ist zwar ein sehr schönes Lächeln, aber sehr viel mehr zeigt sie auch nicht. Und ich weiß nicht, ob Shannon Tate wirklich so drauf war. Nach allem, was ich feststellen konnte, ist das Casting bei ihr durchaus gelungen. Es passt wohl schon, so wie ich das sehe. Aber ich kann halt mit Marco Robbi nicht allzu viel anfangen. Das mag sich geben, wenn ich mal ein paar andere Filme mit ihr gesehen habe. Aber im Moment viele Leute haben kritisiert, dass der Film ziemliche Längen hat und unglaublich braucht, um in Fahrt zu kommen. Aber das finde ich ist gerade bei diesem Film eine super Sache, dass er sich eben Zeit lässt. Weil es geht in diesem Film nicht um den Klimax. Es geht in diesem Film nicht um die Storys der Figuren. Aber irgendwo auch doch. Der Film heißt Once Upon a Time in Hollywood. Also es war einmal im Hollywood. Er erzählt also ein Märchen. Und das zeigt sich in der ganzen Machart dieses Films. Weil es kommen halt auch wirklich bekannte Figuren vor, wie Bruce Lee, Roman Polanski und noch ein paar andere. Und die sind wirklich gut getroffen. Vor allem Bruce Lee. Aber trotzdem, jede Figur, die verdammt gut getroffen ist, übertreibt ein klitzekleines bisschen. Und auf die Weise wird, und ich behaupte, dass das Tarantino sehr, sehr bewusst und mit Absicht gemacht hat, wird die Immersion zerstört. Aber auf eine extrem subtile Art und Weise. Ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen. Dann haben wir Sequenzen, wo wir Caleb bei einem Dreh verfolgen. Und das Ganze wird also aufgezogen wie das abgedrehte Material mit Musik, mit Effekten und so weiter. Aber zwischendurch vergisst er die Lyle. Und dann fährt die Kamera wieder zurück und der Tag wird von vorne angefangen. Und solche Dinge ziehen sich durch den ganzen Film. Und die machen meiner Meinung nach den Film aus. Und der Film ist witzig. Ich glaube, ich finde ihn witziger als ich sollte. Aber gerade das, was Cliff, also Brad Pitt, da so durchmacht. Auch mit der Manson Family. Es ist witzig. Das Finale ist an Absurdität und an WTF-Momenten und an Gewalt, was das betrifft, kaum zu überbieten. Es wird jetzt nicht hier groß auseinandergerissen wie in einem Splatter-Film. Aber die Tarantino-Gewalt wird hier zelebriert. Nicht in dem Maß, wie es in einem Kill Bill der Fall ist, aber doch massiv. Und jeder Schlag, der gemacht wird. Melvibo hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und da hat er recht. Jeder Schlag, der gesetzt wird, jeder Schlag, der trifft, den hört man. Der ist so vertont, dass man ihn nicht nur hört, dass man ihn auch spürt. Und ja, das kommt einfach geil. Der Film ist ein Erlebnis. Ich habe ihn, wie gesagt, jetzt nur auf Englisch gesehen. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch kommt mit deutscher Synchro. Muss aber sagen, mich hat der Film sehr positiv überrascht. Ich bereue kein bisschen, dass ich mich von Melvibo in diesen Film abschleifen lassen. Und ich kann dementsprechend nur sagen, schaut euch den Film an. Er ist definitiv keine verschwendete Zeit. Die Längen habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass der Film Material hatte, wo es unnötig gewesen wäre. Für mich hat der Film genau so lange gedauert, wie er hätte dauern dürfen. Diese besagten Tatsachen und vor allem der Faktor, dass der Film die ganze Zeit mehr oder weniger subtil demonstriert, dass er nur ein Film ist. Stichwort Metaebene, typisch für Tarantino. Macht diesen Film für mich zumindest extrem faszinierend. Storymäßig bringt er jetzt nichts wirklich Neues mit an den Tisch. Aber alles andere, die ganze Inszenierung, die ganzen vielen Ebenen und Sub-Ebenen, die dieser Film Narrativ bietet, finde ich persönlich extrem faszinierend. Und wer auf sowas steht, sollte sich den Film auch tatsächlich angucken. Er lohnt sich wirklich. Und mehr habe ich an dieser Stelle jetzt auch nicht zu sagen, weil sonst würde ich, glaube ich, zu viel von dem Film spoilern. Und daher sage ich jetzt an dieser Stelle in diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.